Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Wochenende-Vlog auf Schweizerdeutsch. Für dich, was ich jetzt frage, was die Wochenende-Vlogs überhaupt sind, will ich es ganz kurz erklären. Also, ich nehme euch auf mein Wochenende mit und zeige, was ich so mache. Es wird wahrscheinlich nicht unbedingt das Spannendste sein, weil ich bin Australien, ich habe nicht viel Cash in der Tasche. Und es wird wahrscheinlich eben nicht viel Spannendes passieren. Aber das, was passiert, nehme ich auf jeden Fall mit und... Oh, meine Katze, wo die... Lassen wir sie mal ein. Was machst du da oben? Hoi! Ja! Ich gehe rein! Nein! 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 Oh, yeah, man the world needs better lost. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes but it never does. I just wanna be the man that never was. Wenn ich heute Morgen überhaupt gar nichts gemacht habe, und es jetzt ungefähr schon elf ist, ich gehe noch ein Säckchen. Ich habe nur ungefähr 20 Minuten, also muss ich schnell machen. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes but it never does. I just wanna be the man that never was. Hear my music is all soul. Just got new grills and they all go. So I got that beef with the popo. They don't like my style, no no no. I don't really give a damn. I keep steering, switch gears and the fans just keep... Mitten über das Purvheizäckchen. Ich kenne gar keine Angst. Ungefähr 3,25 Kilometer, obwohl wir die ganze Säle müssen anhalten. Ist okay, aber jetzt will ich essen. Zuerst ist nichts. Mittag ist gegessen. Jetzt muss ich noch meinen Sonnenbrot erreichen, den ich beim Kollegen vergessen habe. Und ich muss gleich einkaufen. Los geht's! Guteil. Abonniert meinen Kanal. Tschüss! Arriveder bijvoorbeeld Ciao! So! Ich muss jetzt gleich hier kaufen! Ah! Fast, ich habe es vergessen! Holy shit! Oh yeah, baby! This life is life This life is life So let's train! Ich habe alles bekommen und jetzt noch ein paar schöne Böder aufnehmen. Los geht's! So we can live it up Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life This life, this life, this life Während ich hier gerade noch die Zeitraffer, also Timelapse aufnehme, wollte ich euch fragen, ob euch die schweizerdeutschen Vlogs gefallen. Gefällt euch das, dass ich es mal auf Schweizerdeutsch mache? Und wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare, dass ich es sehe, dass ich es weiss Und ich habe eben gedacht, dass ich täglich spreche, jeder Tag normalerweise schweizerdeutsch Und wenn ich euch durch meinen Tag die Tür nehme, habe ich gedacht, es sei es viel gescheher und besser, wenn ich es mal auf Schweizerdeutsch probiere und ich lobe, das sei ja mal eine gute Abwechslung Und wenn ja, dann schreibt es eben in die Kommentare Und ja, ich mache jetzt hier noch ein paar Videos, ein paar Timelapses, ein paar Zeitraffer dies, das, jenes Und ja, sonst habe ich nichts zu tun am Samstag Nachmittag Hehehe Ich hoffe, ich konnte ein paar gute Bilder machen und jetzt muss ich nach Hause gehen weil ich muss die Einkäufe noch hinbringen Ich bin jetzt hier, Marco und habe gerade noch ein paar Youtube-Videos geschaut und ähm, ich weiss jetzt nicht wirklich was zu machen Vielleicht gehe ich noch etwas mit dem Skate raus, bevor es ins Dunkel kommt oder ich schaue noch ein paar Youtube-Videos aber das das sehe ich ja in ein paar Sekunden Bevor es ins Dunkel kommt gehe ich jetzt noch schnell zum Kollegen ein bisschen Tennis-Besseln Das machen wir manchmal so weil, wenn wir nichts zu tun haben dann tun wir gerne so ein wenig hin und her Tennis-Besseln Ist jetzt ein wenig komisch vielleicht, aber ihr seht es ja gerade Hey! Fertig gespielt, weil wir das Späli fast nicht mehr gesehen und äh wir müssen ja nichts machen Ich bin jetzt ja schon mit dem Titel daheim, gell? Ja, wahrscheinlich nicht und äh, ich habe jetzt heute heute am Morgen eine kleine Verspannung im Rücken und ich gehe mir jetzt zum Bad Vielleicht ist die Verspannung auch nur so ein wenig ausreden dass ich zu baden kann das war schon mal mit dem der 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 So... schon... Krass. Ich bin daheim angekommen und ich würde sagen, das war es mit meinem Samstag. Wir sehen uns morgen. Also, ich muss euch leider enttäuschen, aber am Sonntag habe ich wirklich gar nichts gemacht. Die einzigen nennenswerten Sachen, die ich gemacht habe, sind mit der Katzen spielen. Pizza essen. Und... Netflix & Chill. Netflix & Chill. Obwohl ich das Sonntag jetzt eben nicht so viel gemacht habe, hoffe ich euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lauter positive Wertungen da. Und wenn ihr den Channel gerne habt, dann abonniert euch. Das ist gratis. Und ich würde euch sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.